Herzlich willkommen! Mein Name ist Klaus Bruckner, ich bin im Kundenservice der Bestattung Wien tätig. Heute erzähle ich Ihnen ein wenig über die Gestaltungsmöglichkeiten von Trauerfeiern. So einzigartig wir Menschen auch sind, so individuell, können auch unsere Abschiedszeremonien abgehalten werden. Vom opulenten Begräbnis bis hin zur stillen Beisetzung im engsten Familienkreis ist dabei alles möglich. Wir setzen Ihre Wünsche und Ideen um. Den Möglichkeiten und Ideen für die Verabschiedung sind dabei kaum Grenzen gesetzt. So kann der Sarg zum Beispiel durch Sie mitgestaltet und die Urne von Ihnen selbst bemalt werden. Wünschen Sie sich eine traditionelle Aufbahrung mit religiösem Hintergrund oder lieber eine farbenfrohe Verabschiedung mit Jazz- oder Reggae-Music. Der letzte Weg zum Grab kann in einer Kutsche oder mit Dudelsalkmusik zurückgelegt werden. Das und viel mehr ist möglich. Wir planen mit Ihnen gemeinsam den Abschied, den Sie sich wünschen. Vereinbaren Sie einen Termin in einer unserer Kundenservicestellen. Wir sind für Sie da! Wir sind für Sie da!